Wenn wir diese Anlage hier sehen, diese Anlage produziert 750 Kilowatt Peak bzw. 640.000 Kilowattstunden Strom, damit können wir 75 Prozent der Anlagenenergie hier vor Ort produzieren bzw. wenn ich das anders umrechnen würde, diese 640.000 Kilowattstunden würden, wenn wir die der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen würden, 150 Haushalte versorgen. Ja, ich verspreche mir erstmal hier eine konkrete Verbesserung der Möglichkeiten, weil die erneuerbare Energie unmittelbar für den Betrieb genutzt werden kann. Das entlastet ja das Stromnetz. Darüber hinaus ist es ein schönes Best Practice, weil wir haben noch viele Seen dieser Art in Nordrhein-Westfalen, die wir einer solchen Nutzung zuführen könnten. Wir müssen dringend die Erneuerbaren ausbauen. Wir haben aber knappe Flächen. Wir haben eine Konkurrenz der Nutzungsmöglichkeiten. Auf solchen Baggerseen könnten wir das herrlich miteinander vereinbaren. Und dazu beitragen, dass wir in den nächsten Jahren unsere Ausbauziele bei den Erneuerbaren besser erreichen können.